Schnell! Mir ist ein kräftiges schwarzes Pferd auf den Fersen. Ich hab's noch nie bei einem Rennen gesehen. Keine Sorge, mit meinem Zaubertrank hier kannst du Oasis über seine Grenzen hinaus antreiben, ohne dass wir was zu befürchten haben. Also konzentrier dich weiter und gewinn das Rennen. Beeilung, wir haben kaum Vorsprung! Ja, ich hab die Bilder. Hm? Du? Was machst du da? Nein, geben Sie es mir zurück! Du wiese kleine Schnüpple! Na, warte! Nein, Mr. Alp, nicht veroffen! Höher! Nein, es ist kaputt! Das darf nicht wahr sein! Wie erwartet. Ines kommt als erste an. Und ihr Pferd ist in einem schrecklichen Zustand, auch wie erwartet. Lena hat immer noch keine Fotos geschickt. Ihr muss was zugestoßen sein. Oder sie hat da draußen einfach nur keinen Empfang. Die Fotos werden gleich kommen. Bis die Tierärzte Oasis untersuchen, bleibt noch eine Viertelstunde. Ich übernehme Ines. Ich weiß, wie ich sie aufhalten kann. Überraschung! Nico, Süßer, du hast auf mich gewartet. Das ist aber lieb von dir. Nicht nur das. Ich möchte auch gleich ein Foto von dir machen. Und weißt du was? Das kommt auf die Titelseite. Nico, Süßer, du bist einfach spitze! Du warst sehr tapfer, Oasis. Ich verspreche dir, dieser Albtraum wird für dich bald ein Ende haben. Wir sind bald da, Mistal. Wir müssen es schaffen! 54, das ist perfekt, Ines. Schnell, du musst weiter. Noch kein Foto. Angelo, wir müssen etwas tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass Oasis weiter reitet. Keine Sorge, wirst schon sehen. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Steig auf! Guten Tag. Sind Sie Ines Jaul? Wir würden Sie gern interviewen. Oh, das Fernsehen. Äh, nehmen Sie schon auf? Aber Ines, das Interview kannst du nach dem Rennen geben. Äh, ja, sicher. Moment mal, du wirst doch wohl wenigstens ein paar Worte an deine Fans richten können. Meine Fans? Äh, ich will euch sagen, dass ich euch lieb habe. und jetzt das Rennen gewinnen werde. Oh! Der Sattel war nicht befestigt. Wo ist der Sattelgurt? Da, guckt mal! Das ist Mistal! Das ist Mistal! Das Mädchen hat getrogen. Diese Stute wurde gedobt und hier ist der Beweis. Was? So ein Blödsinn. Das ist gelogen, völliger Quatsch. Diese Reiterin hat mir mein Handy gestohlen. Nehmt sie fest! Komm, Lulu G. Du warst großartig. Äh, Nico, sag mal, kannst du das reparieren? Du kennst sie? Was soll das? Hm, eine Sekunde. Ich verspreche dir, du wirst gleich alles verstehen. Hoffe ich jedenfalls. Bingo! Hier sind die Beweisfotos. Sehen Sie! Oasis wurde ein Beta-Blocker verabreicht zum Senken ihrer Herzfrequenz. Völliger Unfug! Glauben Sie ihm kein Wort. Das ist eine Fotomontage. Ich bin hier das Opfer. Oasis vom Rennstall Locker wird vom Rennen disqualifiziert. Ja! Jetzt werde ich dir alles erklären, Ines. Dank dir haben wir gewonnen. Und was ist mit mir? Ich habe mich auch superheldenmäßig ins Zeug gelegt. Nico, Süßer, lass mich dir einen Kuss geben, mein hübscher Held. Lina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren. Für Lina ist das völlig normal.